Was heißt es, wirklich zu fühlen, ein Gefühl zu durchfühlen und dann frei zu sein? Wir alle haben einfach nicht gelernt, was wahres Fühlen heißt. Da kommt ein Gefühl, vielleicht ist es Verzweiflung, vielleicht Scham, Angst, Wut, Zorn, Ärger. Freude und Liebe, selbst Freude und Liebe sind für manche Menschen in manchen Situationen so intensiv, dass sie uns als unangenehm erscheinen und dann wollen wir auch die nicht fühlen. Wir haben es nicht gelernt, ein Gefühl genau so, wie es da ist, einfach zu fühlen. Wie geht das? Ganz einfach, durch inneres Nichtstun. Wann immer ein Gefühl aufsteigt, beginnt parallel ein mentaler Prozess, eine Bewertung, ein Kommentar. Nicht schon wieder, warum ich, ach das kenne ich schon, hatte ich doch in meiner letzten Session schon durch, was es auch sei. Lasse den Geist still werden, indem du einfach dem nächsten Gedanken, dem inneren Kommentar, dich in Form deiner Aufmerksamkeit nicht schenkst. Deine Aufmerksamkeit geht zum Fühlen, nicht nur die Körperempfindungen. Jedes Gefühl äußert sich natürlich auch über den Körper. Drüber hinaus, auch jenseits des Körpers, also im Emotionalkörper, lässt sich ein Gefühl erleben und erfahren. Ja, dorthin richte deine Aufmerksamkeit. Mache einfach gar nichts. Dieses Gefühl nimmt deinen Körper vielleicht mit. Vielleicht schüttelt es deinen Körper. Vielleicht presst es sogar zwei, drei Tränchen raus. Das ist natürlich, das ist normal und eigentlich nichts Besonderes. Für uns, die wir fühlen, aber nie gelernt oder verlernt haben, ist es ganz besonders. Du bekommst Kontakt zu dir. Du beginnst, Frieden mit dir zu machen. Und vor allem, du stoppst den Kampf von dir mit dem Leben. Frieden, Frieden machen heißt, den Kampf einstellen. Und den Kampf einstellen heißt, bereit sein, das Leben zu nehmen, wie es jetzt gerade ist. Und dabei geht es nicht um das Außen. Es geht darum, was das Außen an Gefühlen in uns auslöst. Und wann immer du friedvoll, liebevoll, liebevoll zugewandt, wohlwollend mit dir selbst, also deinen Gefühlen bist, stoppst du den Kampf und der Frieden ist quasi schon da. Fühlen heißt, Ja zu sagen zu dem Gefühl, was gerade da ist. Dich dafür zu öffnen und dich dabei innerlich nicht zu bewegen. Das heißt nicht, dir parallel zum Fühlen die Geschichte dazu zu erzählen. Schenke einfach den mentalen Prozessen, den Kommentaren, der Geschichte, den Gedanken, keine Aufmerksamkeit. Und richte und belasse deine vollkommene Aufmerksamkeit beim Gefühl, beim Fühlen und gib dich dem hin. Und jetzt haben wir meistens Angst, ja, aber ich kann mich doch nicht Hass oder Wut hingeben. Doch, wir kennen für gemeinhin nur zwei Arten, mit Gefühlen umzugehen. Weghaben wollen, dazu gehört alles verdrängen, rationalisieren, Gründe für finden, warum das jetzt anders sein sollte. Also, uns mental in den Kopf zu gehen, uns abzulenken mit Sport, mit Essen, mit Internet, mit Apps, mit Börse, mit you name it. Das ist die eine Art, Gefühle zu verdrängen, weghaben zu wollen. Und die zweite Art, die wir kennen, ist, sie auszuagieren. Beides ist nicht gesund. Das eine noch mehr als das andere für uns und die anderen ungesund. Es gibt aber einen Mittelweg, einen gesunden, einen natürlichen Weg. Also weder zu verdrängen, noch auszuagieren. Und der bedeutet wirklich einfach tatsächlich zu fühlen und innerlich unbewegt zu bleiben. Die Gefühle werden dich bewegen, die werden deinen Körper bewegen. Aber du, dein Geist bewegt sich nicht. Kein Kommentar, kein paralleles Geschichte erzählen. Einfach ganz mit dem Gefühl sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das gehen soll, dass das gut gehen soll. Das erlebe ich auch oft in meinen Retreats, natürlich auch in den 1 zu 1 Sessions, die ich mit Menschen mache. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Wir kennen niemanden, der das so macht und wir haben es selbst noch nicht erfahren. Im Grunde ist es das Einfachste, das absolut Natürlichste. Aber wir haben Vorstellungen darüber, warum es nicht geht oder warum es vielleicht sogar gefährlich sein könnte. Und deshalb nenne ich das, was ich mit den Menschen mache, betreutes Fühlen. Das ist liebevoll, wohlwollend gemeint. Fühlen ist einfach. Wir müssen nur alles lassen, was dem Fühlen entgegen und im Weg steht. Und das ist im Grunde simpel, aber nicht immer ganz einfach. Wie das grundsätzlich geht, hast du in diesem kurzen Video erfahren. Wenn du es selbst erleben möchtest, lade ich dich dazu ein. Starte nicht mit den schwierigsten, intensivsten Gefühlen, und die dich vielleicht schon seit Jahren beschäftigen. Nennen wir sie mal die Champions League. Starte mit der Kreisklasse. Oder kleinen Unruhe an der Supermarktkasse. Dem kleinen inneren Unmut. Wenn ein Kollege vielleicht anders reagiert hat, als du es erwartet hättest. Was es auch sei. Und erlebe, wie es sich anfühlt, ganz zu fühlen. Es mag ein Auf und Ab geben, wie hier gerade der Steg, auf dem ich stehe. Aber so sind Gefühle. Wellen von Energien, die durch unseren Körper und unser System gehen. Das ist natürlich. In dem Maße, wie du zurückfindest zu dieser Natürlichkeit. Zu diesem natürlichen Auf und Ab. Und damit einverstanden bist. So, wie es dich durchschütteln mag. So, wie auch mich gerade. Dann ist da Frieden. Dann ist da Freude. Weil dann ist da kein Kampf mehr. Dann ist da Einverstandensein mit dem Leben. Genau so, wie es sich in jedem Moment gerade spielt. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Und falls du Fragen hast, schreibe sie auch gerne in die Kommentare. Und ich werde dir persönlich antworten. Mögen alle Wesen frei sein. Das ist mein Wunsch für dich. Für mich. Für uns alle.